Unser Malcolm ist ein verheirateter Mann. Ein sehr verheirateter Mann. Daher erwarte ich, dass du dich bei dieser Gelegenheit als meinen Mann zeigst. Du musst, wenn dieser Star meine Kostüme trägt, unbedingt dabei sein, ja? Du musst einfach da sein. Ganz egal, was passiert. Was würden Sie davon halten, mit dem größten Sänger aller Zeiten zu singen? Was würden Sie halten von einem Duett? Mit! Soll ich dir einen Hinweis geben? Ja. It's Christmas! Naughty Holder? Ja! Da geht es nicht, dass Norma singt, ohne dass ihr Mann dabei ist. Gehst du auch zum Konzert von Naughty Holder? Sie werden mit Ihrem Arsch dort sein. Sie werden uns nicht hängen lassen. Ich sag Ihnen was. Ich springe für Sie den Empire, wenn Sie meine Stromrechnung bezahlen. Entschärfen Sie sie! Aber es ist eine Bombe hier im Gebäude. Was? Würde bitte jemand diesen Spinner von der Bühne entfernen? Entschärfen Sie sie! Aber es ist eine Bombe hier im Gebäude. Ich weiß doch überhaupt nicht weh! Ich! Guten Tag. Guten Tag. Die da ist frei. Malbecke. Barbar. Ichnaletti. Ich wusste wirklich! Ich wusste wirklich! W lungs範 peribene. Bis zum nächsten Mal.